Sean Bromder hat einen Traum. Ich möchte Schriftsteller werden. Nix wie raus aus Orange County. Gut, zählt mir ein paar namhafte Zeitgenössische Dichter auf. T.S. Eliot. Ja, den kennt ihr noch? Eminem. Er ist kontrovers, aber wichtig. Ich muss hier raus und endlich aufs College gehen. Nur zu! Weil man was tut, wenn man mit der Highschool fertig ist und das weißt du! Der tickt nicht mehr richtig. Ich träume schon mein ganzes Leben lang davon nach Stanford zu gehen. Aus! Du musst das ganze lockerer bringen. So, als ob du ne Braunanbargerst. Hey, wie wärst du in Stanford? Soll ich mich entblößen? Ist gut, ich zeig dir einen halben Nippel. Nur leider gibt es da ein kleines Problem. Das ist ja eine Ablehnung! Das kannst du dir knicken, dein College. Sieh mich an. Ich hab's auch ohne geschafft. Aber sein Bruder Lance hat einen genialen Plan. Du hast recht, ich muss nach Stanford. Und dem Dean of Admission erklären, warum er mich aufnehmen muss. Und ich fahr dich hin. Die nehmen dich da auf, Alter. Ich weiß es, ich weiß es genau. Oh Gott! Wartet hier, ich besorge euch die Adresse vom Dean. Was machen sie hier? Soll ich mich nackt ausziehen und die Revolution aussuchen? Ist gut, ich nehm das als ein Vielleicht. Born to be wild! Könntest du jetzt in deinem Zimmer bleiben? Warum? Weil du peinlich bist. Oh, na gut. Jack Black. Als ich klein war, war ich ein richtiger Pyromaner. Was ist hier passiert? Sie hat das gelegt, klar. Sie hat rumgebrüllt. Ich hasse meinen Job. Ich werd diese Bruchwunde abfackeln. Nix wie raus aus Orange County. Ich sag's ja, es war ein total tierischer Kurzschluss. Ich geh nach. Ich geh nach. Ich geh nach. Ich geh nach.